Oh, Herrgott, ja, okay, ich mach ja schon. Tja, jetzt habt ihr gedacht, das Video wäre vorbei, aber nein, aber nein, es gibt noch eine kleine Besonderheit und zwar ab jetzt, guckt mal da in die Anrichtung, wer da sitzt. Ja, das ist der Gregor, der Danke-Gregor. Gregor, sag mal, sehr schönen Hintergrund, den du da so hast. Wo der bloß herkommt, keine Ahnung, bei mir ist er auch nicht so verschwommen wie bei dir. Der steht dir auch äußerst gut, ja, ich hab den hinterher, weil damit wir eine Tiefenschärfe haben, ist er mir verschwunden. Der ist zehn Meter weiter hinter mir. Ja, hinter deiner Playboy-Mansion und so, ist klar. Richtig, richtig, um an den Hintergrund ranzukommen, muss ich erst in meinem Bugatti steigen. Richtig, und dann musst du durch die Grotte schwimmen und so, ist klar. As usual, die Tabletop-Krotte. Gregor, es freut mich, dass du hier bist. Was ist denn der Grund, dass du hier bist? Dass du mich gefragt hast, ob ich auf deinem Kanal Videos veröffentlichen will. Nein. Doch. Oh, was für ein Video. Was? Komm, jetzt hol mal was. Gut, auf deinem Kanal, also zu kurz kommen ist, glaube ich, ein zu hartes Wort, aber auf deinem Kanal findet ja aktuell vergleichsweise wenig GW-Inhalt statt, verglichen mit dem Marktanteil, den GW im deutschen Tabletop-Hobby hat. Das ist so der Eindruck, den ich jetzt aus der Zuschauersicht heraus habe. Ja, das ist durchaus korrekt. Der Ansatz ist ja, den du und ich da, glaube ich, so ein Stück weit fahren wollen, ist, dass wir jenseits deiner wöchentlichen Show, die ein breites Spektrum abdeckt und abdecken soll, praktisch auch für die Interessengruppe ein bisschen mehr Inhalt liefern. Irgendwie interessanten Inhalt, auch Inhalt, den es nicht zu Hauf und im Dutzend billiger auf YouTube schon gibt. Battle Reports. Mit Wackerkammer. So in etwa, genau. Nein. Battle Reports wird es von mir nicht geben. Erstens, weil ich GW-Kram irgendwie fast ausschließlich bemale und fast nie spiele. Sondern ich werde eine Idee weiterführen, beziehungsweise ausbauen in etwas andere Richtung von meinem Mutterkanal, nämlich Tausend für den Imperator, wo wir uns ja hauptsächlich mit Hintergrund der Spielwelten befassen. Werde mich da aber jetzt nicht auf das klassische 40K konzentrieren, sondern werde mir ein bisschen eher die Hintergründe der Spezialistensysteme anschauen. Das bedeutet, es wird in dem Segment sehr viel um Necromunda gehen und um den Hintergrund, der von GW gerade jetzt mit den ganzen Gangbüchern massiv ausgebaut wird, verglichen mit der ersten Edition aus den 90ern. Es wird Warcry auf dem Kanal beziehungsweise in dem Segment Thema sein, weil auch da gibt es mittlerweile einen ganz spannenden Hintergrund, der bespielt wird. Ich werde sicherlich auch schauen, dass ich hier und da, wenn ich Gelegenheit habe, mir auch ein paar andere von den Spezialistensystemen anschaue mit dem jeweiligen Hintergrund, ob das jetzt Aeronautica Imperialis ist, also praktisch das Luftkampfsystem. Wie wärst du mit Battlefield Gothic? Natürlich Battlefield Gothic, da werde ich mir potenziell nochmal einen Freund vor das Mikro holen, der sich damit wirklich gut auskennt. Und dann gucken... Titanicus? Bitte? Titanicus mit Sicherheit auch, ja. Blood Bowl? Bitte? Blood Bowl? Ja, warum eigentlich nicht? Blood Bowl würde sich eigentlich... Genau, also auch da zu gucken, wie unterscheidet sich Blood Bowl von dem klassischen Warhammer? Das ist ja angeblich alles nicht dieselbe Welt. Hm. Du überlegst, was es noch gibt, ne? Ich dachte immer, ach, da fällt mir noch was ein. Man of War? Underworlds, klar. Man of War zum Beispiel. Genau, also nicht die Band, sondern das alte Spiel. Das alte Schiffsspiel, genau. Genau, also da werde ich mir so ein bisschen einerseits aktuelle Games Workshop-Spezialistensysteme anschauen und die Hintergrundelemente, je nachdem wie viel der jeweilige Hintergrund hergibt, sind das dann mehrere Videos zu einem Spiel oder halt mal ein Spezialvideo wie zum Beispiel zu Man of War, wo ich mir dann hier und da auch Gäste vors Mikro hole, die sich mit den Sachen an ein paar Stellen besser auskennen, weil sie das Spiel vielleicht selber mal hatten oder immer noch haben oder immer noch spielen. Hier und da werde ich potenziell auch mal einen Blick drauf werfen, was das Thema Videospiellizenzen von GW angeht. Wie sind die umgesetzt worden im Laufe der Jahre? Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, Warhammer Fantasy, Old World? Ja, wird mit Sicherheit Thema sein. Super, ja, wo ja gerade Total Warhammer 3 angekündigt wurde, habe ich nur so gedacht. Genau, also das wird mit hoher Sicherheit Thema werden. Da werden wir mal gucken, was wir daraus machen können. Wir werden uns da Fraktionen angucken, werden uns potenziell aus den Kampagnen, die es im Laufe der Jahrzehnte gab, anschauen. Was ist denn da an interessanten Sachen im Hintergrund gelaufen? Ist dieser Eindruck, den man ja auch hat, dass diese Spielwelten irgendwann stagniert sind, sich eigentlich nichts mehr verändert hat? Ist der so zutreffend oder hat es dann doch Veränderungen gegeben, die nur nicht so gravierend war, wie komplette Spielwelt platt machen? So eine Sachen wird, so eine Sachen werden mit Sicherheit in dem Segment Thema sein. Figuren Reviews wird es da auch eher nicht geben, klar. Ich werde die Videos entsprechend immer mit Bildmaterial unterlegen, dass die Leute wissen, wie sieht das Spielzeug zu dem Kram, über den ich rede, gerade aus. Wir werden mal gucken. Ich denke, ich werde hier und da dann auch mal schauen, was bringt Forge World bzw. Black Library an Fluffbüchern zu den verschiedenen Settings raus. Gerade die Black Library-Sammelbücher, die man so hat wie der Sabbat Crusade, die alten Lieber-Chaotica-Bände etc. So eine Sachen, die, ich glaube, die große, breite Masse der Games Workshop-Spieler gar nicht unbedingt kennt, weil sie einfach in geringen Auflagen produziert werden. Da werde ich mal gucken, dass wir da ein bisschen Inhalt zu machen und so ein bisschen rauskitzeln, dass Games Workshop durchaus mehr bietet als die zwei Hauptsysteme. Und dass das, was da drin steckt an Ideenreichtum und Kreativität eigentlich auch ganz spannend ist. Wie gesagt, das ist so ein bisschen der Plan zu schauen, die Bandbreite, die GW und die verschiedenen Spiele von GW heute und auch so ein bisschen in den letzten Jahren bis Jahrzehnten rausgebracht haben, ob sie jetzt noch aktiv bespielt werden oder nicht. Das soll ein bisschen Thema dieses Segments sein, Unterhaltungsfaktor, informativ und um ein paar Leute auch ein Stückchen tiefer in das Ganze reinzuziehen, als nur mit Figuren schieben. Also eine wunderbare, schöne Ergänzung zu dem, was eigentlich sonst auf dem Kanal ist. Es ist viel Kraft, viel Hintergrund, gerade auch für die Leute, die vielleicht nicht aktiv das Tabletop spielen, aber die Welten mögen. Richtig. Gibt es ja auch genug Leute. Total. Gibt es ganz, ganz viele Leute. Und vor allem, ich habe ja auch schon die erste Folge, habe ich mir ja schon angeschaut. Die habe ich ja schon von dir in die Hand gedrückt bekommen. Und ich muss sagen, ja, bis auf natürlich deine Einleitung. Es ist immer schwer, mit dir klarzukommen, Gregor. Ja, logisch. Wie immer. Nein, wirklich. Also es ist wirklich super interessanter Kram. Da geht es tatsächlich in der ersten Folge geht es um den Planeten Necromunda. Und auch da hast du ganz viele Sachen erzählt, die ich vorher überhaupt nicht wusste. Also total krasser Shit. War wirklich, wirklich, das fand ich sehr, sehr interessant. Und es ist sehr angenehm, dir zuzuhören. Das muss ich nur so sagen. Das hört man natürlich gern. Man muss sich erst mal ganz stark an die eigene Stimme gewöhnen. Also nicht in seinen eigenen Kopf zu hören, sondern auf Video. Das ist am Anfang eine echte Umstellung. Man gewöhnt sich dran, aber deine Stimme wirst du niemals lieben. Ja, das ist richtig. Gut. Ja, wann geht es dann los, Gregor? Ich glaube, es geht nächste Woche, Freitag geht es mit der ersten Folge schon los. Ich glaube ja, ne? Genau. Wenn bei dir die Staffel dann wieder anläuft, dann starten wir auch mit dem neuen Segment. Ganz genau. Die Staffel geht am 28. los. Um euch ein bisschen warm zu machen, starten wir am 28. bei Rocket Beans TV. Dann am Dienstag drauf auf YouTube. Aber am 26. starten wir dann schon die Videos von Gregor, die dann zweiwöchentlich laufen. Richtig, genau. Dann schauen wir mal, was so auf euch zukommt. Genau, wir haben ja schon gesagt, die erste Folge wird Necromunda, also der Planet Necromunda an sich. Und mehr wollen wir gar nicht verraten, weil ich bin selbst gespannt und möchte aber wissen, was dann da weiter passiert. Genau. Gut, dann bis in einer Woche, würde ich sagen. Danke, Gregor. Ciao. Du möchtest die Tabletop-Show DICE supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem DICE-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch DICE und hilfst dabei mit, Tabletop Great Again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der DICE hängt und lege das Schwarz an. DICE-Merchandise kein Problem.